Das ist gar nicht gut, nicht wahr, Spikey? Spike? Hey, Spike! Aua! Hey, Spike! Du musst jetzt traurig sein. So wie die anderen. Grünzeug! Das ist ganz viel Grünzeug. Spike hat es gefunden. Seht euch das an. Hey, das gibt's doch nicht. Sieht das lecker aus. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ich bin ein Schwimmer. Also, ich könnte hinschwimmen. Und Petri fluckt. Ach ja? Und was sollen wir eurer Meinung nach machen? Ihr könnt doch laufen. Es ist viel weiter weg. Als es aussieht. Das ist, als würde man aufs Schlüpfen warten. Da scheint die Zeit auch nicht zu vergehen. Euiuiui. Ich bin so hungrig, dass mein Magen rumpelt. Oh, Petri hört schon. Das ist nicht mein Magen. Das ist ein Erdbeben. Oh nein! Das große Wasser! Ihhh! Aaaaaah! Oh nein! Ihhh! Ihhh! Aaaaaah! Ah! Ah! Ich hab' dir's geschafft! Spike! 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 Schnapp dir mal einen Schwanz! Aus! Aua! Verheilung! Schneller! Seht doch mal, Freunde! Ein Schlaraffenland! Ja! 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 Was ist das denn für Zeug? Sieht nicht aus wie das Futter, das wir sonst gegessen haben! Ih, es riecht egelig! Sieht komisch aus! Schmeckt doch eigenartig! Ich vermisse unser normales Essen! Ich auch! Aber wir haben nichts anderes! Was bleibt uns weiter übrig? Ich probier's lieber nicht! Petri, du probierst es! Nein, ich nicht probierst! Vielleicht versucht es Spike! Ja, Spike! Spike! Und wie ist es? Fühlst du dich gut? Es schmeckt ihm! Ja! Das ist toll! Wenn unsere Eltern uns gefunden haben, ist für alle genug zu essen da! Oh nein! Der Landweg, er ist verschwunden! So, so! Du meinst unsere Eltern werden uns finden! So, so!